Und hier sind wir auch wieder bei Command & Conquer. Wir haben einen Orca verloren. Ist das schön? Nein. Ich bin am überlegen, wie ich das hier eigentlich an seinem Vorsten mache. Weil persönlich muss ich sagen, Lufteinheiten sind jetzt eigentlich nicht gerade so das Wahre. Ein bisschen laut finde ich für meinen Geschmack. Ihr hört es jetzt nicht so laut. Es ist nur meine Wenigkeit. Ja, das mache ich glaube ich auch. Ich mache noch einen weiteren Sammler. Ganz ehrlich, wenn du da hinfliebst oder dorthin läufst. Da muss man sich nicht wundern, wenn man dann halt so angegriffen wird. Und zwar werde ich noch meinen weiteren Sammler produzieren, der sich dann um das Tiberiumfeld hier unten kümmert. Ja? Ja, Sir. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Erledigt. Na war mir klar gewesen, dass er jetzt halt sofort hat versucht anzugreifen. Einheit bereit. Einheit bereit. Kein Problem. Sir. Einheit bereit. Motorrad. Ja, hier. Motorrad. Motorrad. Da ist mir das Schlimmste halt von weg. anderenn. Die pillars. Sitzel. Wir sind nicht hoặc bereit. Von dortfeuer vampirieren. Einheit Planet. Das hat ich ausgeübt. Was? Die Kriste. Was derihnacht Зertalbaut. Mit. Das ist nicht Antonio. Nocicke. Alles gut. Erlebnis hat bei euch. Ich glaube es jetzt nicht. Neue Befehle. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Du kümmerst dich auch dort unten um das Tiberium. Wir müssen ja halt so sehen, dass das Tiberium ein bisschen fließt. Ach, warte mal eben. Das Beiß muss fließen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Abgebrochen. Die Frage, die ich mir allerdings auch gerade gestellt habe. Kann ich hier auf der Brücke bauen? Ich glaube nämlich nicht. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Abgebrochen. Abgebrochen. Gebäude verkauft. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Und ich kann halt nicht so mit dem Tiberium halt spielen. Bau abgeschlossen. Abgebrochen. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Tatsächlich ist das Einkommen aktuell aber gar nicht mal so schlecht. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Oh das funktioniert. Das ist gar nicht mal so schlecht. Bau abgeschlossen. Einheit bereit. Habe ich vielleicht doch die Möglichkeit da irgendwie so zu bauen? Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Ja. Wird gebaut. Einheit bereit. Bau abgeschlossen. Was war das denn noch? Okay. Na schade, kenne ich nicht. Ah, ich komme ein bisschen. Gut, okay. Gebäude verkauft. Abgebrochen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Aber Tendenz könnte ich... Wird gebaut. Gestoppt. Ich habe eine dumme Idee. Einheit bereit. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Die kann ich auf jeden Fall auch gebrauchen. Mein Ziel ist es übrigens halt hier unten nochmal eine Waffe aufzubauen. Bau abgeschlossen. Freiheit bereit. Motor ab. Ja, hier rein. So. Ja. Ja? Ja. Erledigt. Pilot zur Stelle. Ja. Dafür sind halt die Orcas super. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Ich denke mal inzwischen habe ich jetzt auch ein relativ gutes Geld eingekommen. Um halt wirklich richtig mal so ein bisschen mehr zu produzieren. Einheit bereit. Das sieht nicht schlecht aus. Und ja die dritte Raffinerie hier lohnt sich tatsächlich sehr gut. Das finde ich sehr sehr gut. Hier ist der nächste Sammler. Einheit bereit. Bestätige Flugbefehl. Bestätige Flugbefehl. Over and out. Schauen unterwegs. Schauen unterwegs. Einheit verlobt. Wird gebaut. Ja und für uns als GDI. Wir müssen halt wirklich zusehen, dass wir halt nicht mit ein paar Einheiten angreifen. Wir müssen halt wirklich mit vielen Einheiten tatsächlich hier agieren. Schon unterwegs. Schon unterwegs. A. S. B. B. Bestätige Flugbefehl. S. S. B. 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 Ja B. B. jetzt kommt er zwar wieder mit jeder menge einheiten aber das sollte ihr definitiv leichter zu klären wollen und ich muss einheiten produzieren definitiv wie er jetzt halt nochmal versucht hat die Dinger hier einzusammeln einheit 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 das trifft sich da allerdings gerade ganz gut dass er dort seitdem die hübs einheit 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 ich habe eine andere idee das würden wir auch noch mal mit kaputt machen wie viele maurivpanzer hat er da denn bitteschön dann würdet ihr bitte euch das wichtigste von allen machen danke so und bevor irgendeiner auf die glorreiche idee kommt als hier durch zu gehen und dann von diesen netten laserturm gegrillt zu werden nein 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 geht doch dann nicht einfach dran vorbei nein danke reinheit bereit ingenieur meldet sich ja sir ingenieur meldet sich ingenieur meldet sich kein problem ingenieur meldet sein problem reinheit bereit erledigt wird gebaut gebäude erobert unser stützpunkt wird angegriffen gefahren wird erobert vorhand und der warte ein ist im lesen zu 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 aber ich muss ganz ehrlich sein Das ist auch so ein bisschen, ja, der Mission hat auch ein bisschen, oder besser gesagt, eigentlich nicht der Mission, das ist mehr so der Art, wie halt das gesamte hier halt funktioniert, halt verschuldet. Denn, wir wissen ja, dass diese gesamte, ich sehe gerade hier, dass sich auch keine, dass sich diese Großkraftwerke nicht bauen kann. Aber das sehen wir sowieso häufiger. Dass halt entsprechende Sachen gar nicht, dass wirklich erobert werden können. Bereit, bereit zum Zielanflug. Bereit, schon unterwegs. Sir, kein Problem. Sir, schon unterwegs. Musst du das jetzt alles auch nur kaputt machen? Einheit bereit. Oder gibt es da was anderes? Sir, bereit zum Zielanflug. Ja. Ja. Wird gebaut. Gestoppt. Einheit bereit. Einheit bereit. Wird hergestellt. Sir. Gas. Sir. Einheit bereit. Ja, hier. Ja, hier. Einheit bereit. Einheit bereit. Gestoppt. Ja, Sir. Kein Problem. Sir. Einheit bereit. Cyborg zu stellen. Alles klar. Ich muss auch sagen, dass... Ich muss auch sagen, dass... Drücke repariert. Ja. Ja, hier wird erledigt. Man kann aber einfach außen drum rumlaufen. Einheit bereit. Das ist nicht schlecht. 4,3 Kopter leider nicht mehr danach. Vielleicht habe ich ehrlich gesagt noch wenig anbezogen. Das soll das hier kaputt machen. Dann hol ich auch noch Silos. Das ist ja wohl unglaublich. Ich muss den Parkplatz erledigen. Bau abgeschlossen. Also hier wohnt... Pädagogik schon hier hin. Sir, verstanden. Sir, ihr habt erledigt. Sir, ihr habt erledigt. Er könnt auch da hin... Ja. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Ich muss aber auch sagen, dass ich seit, was die... Ich glaube tatsächlich, dass die Buggies ein bisschen schneller sind, wenn sie halt lange Strecken halt machen müssen. Für kurze Strecken sind dann die Wehrwölfe schneller, weil sie halt sofortigen Speedhardt haben. Zumindest sieht das hier so danach aus. Verstärkung ist eingetroffen. Einheit bereit. Ich wusste gar nicht, dass das die hier gibt. Das hört sich doch so an, als wenn die dahin kotzen würden. Immer auf die Anzugreifen. Die Arme. Die haben einen kleinen Viecher. Die tun doch nichts. Ganz im Gegenteil, die sind total lieb. Die wollen nichts tun. Aber was zum Geier muss ich denn hier noch machen? Einsatzziele. Ich sehe das gerade da ganz oben. Neue Befehle? Ja, das ist halt auch so eine Sache, wo ich einfach nur denke, was muss das wirklich sein? Oh. Entschuldigung. Einsatz erfolgreich. Oh. Effizienz 197 Prozent. Ich glaube es aber nicht. Für fast eine halbe Stunde. Ich glaube es ist das höchste, was ich bisher jemals erlebt habe. Egal. Ich glaube, dass er nicht mehr ist. Mit dem ist er nicht gut. Aber er wird überleben. Wenn er lange genug lebt um mir zu sagen wo Vega ist, reicht mir das. Leben sie denn gar nichts. Ich lieb es zu gewinnen. Wir sind fertig miteinander. Was ist los? Nein, nein! Es ist ein Pentose. Eine Vision. Gain, Attentacitus. Tratos sagt, Vegas Basis liegt 760 Kilometer südlich. Ionenstürme blockieren allerdings unsere Satelliten. Er bezieht seinen Strom von einem alten Damm in der Nähe, natürlich schwer bewacht, durch ein großes Lager. Eine Ausschaltung des Dammes und der Kraftwerke würde die gegnerische Flugabwehr lahmlegen. Wir kämen dann leicht an Vegas Festung ran. Alles klar, Eva? Vegas Stützpunkt liegt versteckt auf einer Insel in diesem Sektor. Es wird schwierig hineinzugelangen, denn es führt auf dem Landweg nur eine Route dorthin. Die besten Chancen haben sie mit einem amphibischen Truppentransporter, mit dem sie direkt auf der Insel landen und Vegas' Verteidigung unterlaufen können. Sobald sie auf der Insel sind, zerstören sie Vegas' Anlage und sein Befehlszentrum. Das ist die Mission, die wir machen müssen. Die großen Staudämme, die Vegas' Stützpunkt mit Strom versorgen, befinden sich in diesem Sektor. Ihre Zerstörung würde dieser Basis zeitweise die Energie entziehen. Wenn sie seine Inselfestung angreifen, bevor er neue Generatoren installieren kann, ist ihre Aufgabe entschieden leichter. Sie können den Staudamm zerstören, indem sie die beiden Regulatorstationen im Sektor ausschalten. Luftunterstützung durch GDI-Flugzeuge ist nur verfügbar, wenn sie das Ziel identifiziert und einen Weg zur Kontaktaufnahme gefunden haben. Genau. Verstärkung ist eingetroffen. Hier haben wir auf jeden Fall wieder wundervoll nur ein paar Einheiten zur Verfügung. Da das allerdings alles ein bisschen, ich sag mal, interessant wird, geben wir das Gesamte halt beim nächsten Mal an. Also von daher, bis zum nächsten Letzt Play Part. Bleibt es auf B. Meldet sich ab. Meldet sich ab. Meldet sich ab. Meldet sich ab, Meldet sich ab. Vielen Dank.